Bleibe liebevollen Gemütes. Mögen Ihr Mönche die anderen in zeitgemäßer Weise reden oder in unzeitiger? Mögen Sie Ihr Mönche in sanfter Weise reden oder in grober? Mögen Sie Ihr Mönche in sinnvoller Weise reden oder in widersinniger, in liebevoller Weise oder in gehässiger? Selbst da, Ihr Mönche, habt Ihr Euch so zu üben. Unser Denken wird eben nicht einen Wechsel erleiden und nicht wird ein böses Wort uns entfahren. Mitleidsvoll werden wir bleiben, liebevollen Gemütes, nicht gehässigen Herzens. Und diesen Menschen werden wir mit in Liebe gerüstetem Sinn durchdringen. Und hier fußend werden wir die ganze Welt mit in Liebe gerüstetem Sinn durchdringen, mit weitem, hohem, unbeschränktem, frei von Hass, frei von Übelwollen. Und hier fußend werden wir bei uns untertiteln. Untertitelung des ZDF, 2020